hallo und willkommen zurück zu ghost of tsushima letzte folge sind wir hier richtung burkane da eingedrungen machen die letzte mission hier in diesem gebiet und müssen jetzt zum oberen hof gelangen hier haben wir schon alles abgeschlachtet so zu sagen und jetzt gucken wir mal da ist eine belagerungswaffe letztes mal war sie auf juna und mich gerichtet dieses mal nehmen wir sie uns wir müssen den hof sichern oder aggressiv dann gucken wir doch mal hier haben wir doch ein paar da müssen wir was machen kommen wir hier irgendwie rein anscheinend nicht dann müssen wir es anders regeln das sind mir ein paar zu viele hier her mit allen anliegen ist glaube ich selbst mord ich muss irgendwie gucken die beiden bleiben auch hocken das ist das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020 So, die sind jetzt in Alarmbereitschaft. Kriege ich den weg? Die sind in Alarmbereitschaft. Geht's. Ne meinte. Müß die Kommissário. Boah, ich dachte, man kann nicht schaden. Kann man nicht weiterhauen. Ah, okay. Der kommt noch mal Gut, das sind schon mal ein paar wenige Oh, die Oh ok, jetzt geht's los Dann wollen wir halt Ey Oh, ich hab keinen Heal mehr Au Oh Ok, das ist blöd, ne? Ist hier alles weg? Ok Nein Ah Mein Ich will nicht raus Ok Dann lass ich mal grad mal ein bisschen umgucken hier Hier haben wir nichts mehr Na Haftbombe wollen wir nicht Blöd ist halt, dass wir jetzt Keine Heilung mehr haben Na gut, sprechen wir mal an Könnt ihr die Watcher bedienen? Das schaffe ich schon Wenn ich Fürst Shimura habe, werden uns die Mongolen verfolgen Erledigt sie Mit Vergnügen Passt auf euch auf Ihr auch Masako So So Da haben wir einen Das Tor ist bewacht Folgt mir Ist auch ein dicker, ne? Ja Das waren die falschen Pfeile Das waren die falschen Pfeile Er lebt noch, ne? Nein Warte Warte Das war die Im Hör Der 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 Okay. Gut, nehmen wir alle. Fehlen noch die zwei da oben. Du wartest hier. Stellt euch und kämpft! Ja. 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 Es wäre einfacher, wenn deine Stroh und Freunde helfen würden. Iosos Männer verhungerten. Vielleicht sind sie desertiert. Krieg macht verzweifelte Menschen zu zieren. Das ist blöd, das ist blöd. Jetzt kommt man nämlich gleich da rein und ich habe keinen Heal mehr. Machen wir hier oben noch was. Nix. Schlecht. Ich könnte wenigstens noch Munition gebrauchen. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Okay. Okay. die Klippe. Es muss ein Weg herumgehen. Da will sterben, ne? Da. Das sollte klappen. Gutes Auge. Wenn du drin bist, öffne das Tor für mich. Okay. Ich muss also einmal hier rum. Oh. Oh. Das war aber knapp. Okay. Okay. Na. Uh. So. Oh. gut und sollte aber da kommen ich könnte jonas hilfe brauchen Oh what? Kann man sich ja nirgendwo verstecken ey? Ach du heilige Gut, wir müssen das Brückentor öffnen Wie viele haben wir jetzt hier? Wir werden mich sehen, ne? Wie viele müssen die? Hey es ist er gefördungsvoll. Was für dich? Eine Selbstbescheidung für dich. Okay. Noch um. da bist du ja leise noch mehr warten ja ist klar und dann bin ich schlecht tot das ist weri du bist weri das ist weri das ist weri Okay, ich komm schon mal rein. Yo, das hast du jetzt gebracht. Hm, aber auf dem Ernst jetzt. Danke. Oh wow. Alles klar. Okay. Okay, okay, okay. Gut, dann muss ich mich erstmal da irgendwie durchschleichen. Okay, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.